Kulturwoche 41 Schreiben Sie Tagebuch Am 11.10. präsentiert Diana Köhle den Tagebuch-Slap Erinnerungen an die Pubertät, ein Nostalgieabend, bei dem Mitmachen erwünscht ist Auf der Suche nach Intimität, Christoph Fritz Zärtlichkeit Am Donnerstag, den 12.10. Christoph Fritz erkundet ungewöhnliche Orte Eine abgelegene Straße in Frankreich Einen nächtlichen niederösterreichischen Garten Und sogar die Ordination eines Urolofs Zärtlichkeit Fast schon Kult, Peter Bleikners Mitterbach-Kirchen Zu sehen am Freitag und Samstag, den 13. und 14.10. Mitterbach-Kirchen, die Komödie von Peter Bleikner Jetzt wieder im Kleinen Theater Wer ist Peter Bleikner? Ganz sicher Kult, Eli Wenn Frauen fragen Jäger, nur was fragen sie? Oh Am Sonntag, den 15.10. zu sehen im Kleinen Theater Salzburg Jäger Mitterbach-Kirchen, den 15.10. zu sehen im Kleinen Theater